Hier ist was für dich, alles im Mai. Huey, Louis und die News spielen. Oh, geil. Habe ich auch noch nie live gesehen. Huey, Louis und seine News. Ist auch keine Brotkrugen da. Ich klatsche noch einmal, damit du jetzt bereit bist. Ja, aber nicht bitte so laut wieder. Das war auch gar nicht laut. Liesst du einfach in der Zeitschrift weiter? Ich warte, bis du anfängst. Vielleicht habe ich ja schon angefangen. Du fängst ja mal mit Moin Moin und Hallo. Ja, aber ich glaube, ich weiß nicht, sollte ich den Beitrag dann mit diesem Part hier anfangen oder lieber mit was anderem? Weiß ich nicht. Weiß auch nicht. Ach komm. Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen hier im wunderschönen New York. Ich bin der Gregor. Warum sagst du eigentlich immer? Warum sage ich das eigentlich? Das ist auch kein Podcast. Wieso mache ich das überhaupt? Der Gregor vor allem. Das ist das, was ich nicht verstehe. Wir wohnen noch in Norden. Das machen wir doch nur im Büden. Im Süden. Im Süden. Im Büden. Ich bin der Sepp. Ich bin der Schlitzelhuber Alois. Wir sagen immer, ich bin der. Oder gibt es auch noch die Gregor? Wahrscheinlich. Und deshalb willst du das irgendwie so abtrennen. Ich reduziere mich ja durch den Einzelnamen, bin ich ja mehr eine Kunstfigur als eine Person. Ich bin der Weihnachtsmann. Du bist eigentlich immer schon eine Kunstfigur gewesen. Ich bin mir auch noch nicht ganz sicher, ob ich mich dich nur einbilde. Das wäre auch ein sehr, sehr schöner Film. Ich denke, das wäre so ein Horrorstreif. Und hallo, ich bin der Uke. Jetzt klingt das sehr creepy. Siehst du? Ja. Wir können ja mal ein bisschen kurz erklären, was wir hier in New York... Vielleicht sollten wir das machen. Vielleicht sollten wir das machen, bevor wir hier in einer halben Stunde über andere Sachen. Wer da auch immer jetzt sitzt, denkst du so, hä, wieso, hä? Du sitzt hier in New York und ich bin hier zuhause. Es ist total kalt und irgendwie die Jungs haben es voll gut. Und, äh, warum? Ja. Ich hatte seit langer Zeit den Traum und den Wunsch. Ich, äh... Beides oder was? Es war... Es hat sich... Gleichzeitig. Es hat sich die Waage gehalten und manchmal ist es ein bisschen vermischt. Traumsch. Ne. Ne, ein Trunsch. Trunsch. Ein Trunsch oder ein Waumsch. Ein Trunsch, ja. Ein Trunsch oder ein Waumsch. Ich wollte einerseits in die USA. Das habe ich geschafft vor ein halb, zwei Jährchen ungefähr. Da bin ich in L.A. gewesen. Da ist dieser Trunsch auf jeden Fall schon erfüllt worden. Moin, moin und hallo. Und mein anderer Raum war dann, dass ich einmal zu WrestleMania wollte. Ja. Ja. Warte mal, warte mal. Jetzt wo ich drüber nachdenke, WrestleMania ist doch in New York jetzt gerade oder nicht? Meinst du? Echt? Ja. Könnte da ein Zusammenhang bestehen. Könnte ein Zusammenhang bestehen, dass WrestleMania gerade in New York ist. Und da ich in der Vergangenheit ja schon mit WWE-Leuten und WWE-Stars Kontakt hatte für Interviews und so weiter. Dann könnte ich sagen, du bist berüchtigt. Die kennen mein Gesicht schon. Das ist schon als Auslage dort. Einige der Superstars wenden sich schon prophylaktisch von mir ab und tun einfach so, als ob sie mich gar nicht erkennen. Ja. Genau so. Moin, moin und hallo. Ich bin der Gregor, Moderator des Game On Plauschangriffs und ich will heute mit euch sprechen, weil ich will bald eine neue Webserie starten, in der es um meine Abenteuer in Hamburg geht. Die G. True Hamburg Story. Habe ich mir selbst ausgedacht, ne? Und ich habe sogar einen coolen Spruch. Take care. Buzz your hair. Woo woo woo. You know it. Hey! Are you serious bro? You stealing my gimmick? You stealing my show? This isn't Z. True Long Island Story. Who do you think you are, bro? You don't even have hair to spike. Are you serious? What a joke. Das war nicht geplant. Ich hatte in der Vergangenheit ja schon ein bisschen was mit denen zu tun und habe gedacht, okay, wenn ich schon nach WrestleMania reisen will, ich frage mal einfach an, ob ich da vielleicht nochmal ein bisschen drumherum mit denen machen kann und sie was erledigen kann. Denn ich wollte es ja im besten Fall dann auch mit der Kamera für mich zumindest aufnehmen. Ihr kommt nicht ins Spiel, denn ich darf die Kamera für ihn halten. Es ist sehr schön, dass du auch darfst. Gerne. Ja, 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 gerne. Das mache ich gerne für dich. Und falls ihr das jetzt sehen könnt, habe ich mich dazu entschlossen, da auch mal ein kleines schönes Roadtrip Video zu schneiden. What? What? God damn! Das hat tatsächlich funktioniert und sehr nett von Uke eben gewesen, als ich ihn nach Tipps ausgefragt habe, hat er sich angeboten, selbstlos. Ja? Mitzukommen. Ja, ich komme mal mit, mache für dich die Kamera. Ich helfe dir ein bisschen. Ich helfe dir ein kleines bisschen. Das schaffst du doch eh nicht in den großen Schlagger. Komm, das ist doch Quatsch. Hotelbogen, komm. Ich mache das ja. Ich mache das mal klar, dass ich mit darf. Wie sollst du ein paar Tickets? Kein Problem, bin ich dabei. So bin ich. So bin ich. So bin ich. So ist der. So selbstlos. Guckt euch den an. Hier, guck an, was der hier trägt. Das ist bunt. Hier, diese Schuhe. Hier. Der würde ich alleine keine Sekunde überlegen. Wir haben es jetzt gerade kurz vor knapp. Es ist der siebte April, wo wir uns hier gerade hinsetzen. Und WrestleMania geht für uns zumindest los in knapp zweieinhalb, drei Stunden. Machen wir uns auf ins Madlife Stadium in New Jersey. Was ist eigentlich dein Lieblingskampf heute? Mein Lieblingskampf heute? Ich freue mich tatsächlich am meisten auf Triple H gegen Brock Lesnar. Und du glaubst, dass Triple H gewinnt? Ich bin natürlich sicher, dass Triple H gewinnt. Ich freue mich eben auf Triple H und Lesnar. Ich freue mich auch The Shield mal live im Ring dann zu sehen. Die drei Nachwuchs-Wrestler. Roman Reigns, Dean Ambrose und Seth Rollins. The Wire gibt es auch? Es kommt wahrscheinlich danach. Wir sind jetzt ja hier in New York, ne? Ja. Was haben wir denn alles so gemacht? Wir haben einiges abseits von dem Wrestling-Zeug gemacht. Ich muss dir ein bisschen Kultur beibringen. Das kennt ihr ja alles nicht. Deshalb waren wir gleich am ersten Tag bei Hooters. You gotta get down to Hooters. Have a drink, catch the game. Get yourself some awesome wings. It's a place to do your thing. You gotta get down to Hooters. Nein, nein, da waren wir natürlich auch. Aber vor allem haben wir uns ja gedacht, hey, wir sind da und wir wollen uns ein bisschen mit Kultur antun. Suchen wir doch mal was auf, was für mich ganz gut ist. Es gab so eine Ausstellung, die wir unbedingt sehen wollten. Ja, genau. Und es war der letzte Tag, an dem sie stattfand. Und wir hatten das Glück, dass wir gerade an dem Tag noch angekommen sind. Wir sind ja auch wirklich kunstensdressierte. Und das ist quasi der erste Termin. Unsere Sachen abgelassen, abgelegt und dann sofort rausgeflitzt, damit wir gerade dort noch rein können, um etwas mal unsere umgebildeten Köppe mal ein bisschen mit Wissen und Information und Historie dann zu füllen. Hat nicht ganz so geklappt, wie wir es gedacht haben. Ja, mach doch. Achso, es läuft schon. Ja, ja. Okay, gut. Tja, wenn ich schon mal in New York bin, dachte ich mir, schau dir doch mal auf mein kleines bisschen Kultur an. Die Stadt hat Geschichte. Und was liegt da näher, als in ein Museum zu gehen? Und ich habe tatsächlich eins gefunden. Scharf! Was wollen wir uns denn angucken, Uke? Die Game of Thrones Ausstellung. Die Game of Thrones Ausstellung. Ich bin ja auch ein Fan von wirklich Geschichte. Ja, ja. Es gibt ja auch bestimmt genug Leute, die denken... Sehr historische Ausstellung war das. Westeros hat ja eine sehr lange Geschichte. Das wissen wir alle. Und da haben wir sich ein paar Sachen angucken, ein paar alte Funde und so weiter. Ja, genau. Das Problem war, die waren nur noch zwei Stunden auf und die Schlange war... War sehr lang. Lang. Sehr merkwürdig. Wir haben uns hier durch die Schluchten New Yorks gekämpft. Und dann sehen wir, okay, irgendwo da vorne muss das Museum sein. Aber schon, wo wir drauf vorbeigegangen sind, standen Menschen um die Häuserkurbel dort an und denken, okay, was ist denn jetzt los? Wollen die in irgendeinen Nachtclub? Oder was ist dann hier los? Und wir sehen, scheiße, die Schlange endet genau vor dem Museumseingang. Und da haben wir rausgeschlossen, die wollen da bestimmt rein. Alter. Weißt du was? Scheiß drauf, wir gehen zu Gutas. Ich bin gerade ein bisschen nervös, weil der Polizist gerade drumherum kommt. Und ich hoffe nicht, dass der uns dann... Das ist kein Polizist, das ist ein Parkwächter. Ach so. Ich bin nervös, weil der Parkwächter gerade kommt. Und der hatte ein älteres Ehepaar, das auf einer Bank schmuste, davon abgehalten, das zu tun. Ich weiß nicht, was das Problem war, ob sie nicht liegen durfte, die Frau, oder Public Display of Affection. Public Display of Affection. PDAs, ne? Das ist wahrscheinlich absolut verboten. Ich hoffe, man kann das nicht aus der Kamera dann betrachten, ohne dass der uns dann nicht gesehen hat. Ja.